Es ist ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint und die Kinder spielen Volleyball. Und plötzlich fing es an zu regnen. Wohin sollen wir bloß gehen? Ich weiß es nicht. Kommt Leute, wir machen uns auf den Weg und schreiben einen Antrag, dass wir eine überdachte Spielmöglichkeit haben. Jetzt sitzen Sie bei der Stadt und diskutieren über den Antrag. Man muss immer dranbleiben, um sein Ziel zu erreichen. Vielen Dank. Vielen Dank.